Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Chipped E-Advanced-Kalender und wir öffnen auch mal gleich Türchen 15 und was haben wir drinne? Easy Use Trudo Backup Home. Das heißt also, es ist ein Backup-Programm, ein Programm, was Windows an sich schon standardmäßig drinne hat. Das heißt, mal wieder nur Mist in Kalender, wo man sich auch noch beim Hersteller registrieren soll, mit man schon Werbung kriegt. Nein, nicht mit uns. Also, mal wieder nur Mist in Kalender, braucht ihr erst ja nicht reingehen und euch das Ding angucken. Eine Boot-SSD kann man auch mit komplett anderen Programmen, wenn man unbedingt sowas haben möchte, machen. Dafür braucht man keine Lizenzprogramme, die in Wirklichkeit absoluter Mist sind. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.